so wir sind hier wieder bei alien isolation und ja wir sollen hier uns verstecken wir schnell liebe sollen zu den server hat ja mal gehen genau aber mal gucken wo das ist hier irgendwie so das gefühl als wenn hier gleichen alien angerannt kommt ich weiß nicht weiß nicht wie sich jetzt hier drücken oder was ich guck mal schnell drauf aufs terminal schnell uns beeilen hier sinnlos oder mal hier hardware probleme ok freigeben fehler ok audio fehler zubehör türkontrolle öffnen ok sperren sie das treppenhaus ab das treppenhaus moment mal also jetzt wird schwierige leute das irgendwie habe ich das gefühl schleife ich immer irgendwas mit mir um hier links ach du heimatland ist ja auch noch jemand glaube ich sie müssen links auf alle fälle aber ich will mal hier noch mal schnell gucken ach da steht doch jemand sie allein oder was ich glaube sie ist allein oder seien sie nicht so laut rennen sie nicht gehen sie zum marschallbüro ach so sie tut mir doch nichts gut sei nicht so laut und sei leise oh ne jetzt nix sie auch noch weißt du und so ist jetzt ein marschallbüro so war das alien ist auf alle fälle hier irgendwo immer irgendwo zu gegangen nein wir gucken mal also wir müssen ja auf alle fälle jetzt so hier ähm wieder hier raus und ja dann halt da lang ne ich guck nochmal schnell hier hinter ach hier war das okay wo ist denn jetzt diese alien menschen ich hoffe es kommt nicht wobei gehuscht jetzt ich denke aber hier ist so ein lugen hier kommt es gleich raus geschossen aber das kann möglich sein ne okay dann wollen wir mal den treppenhaus das treppenhaus sperren ich will nochmal eben speichern hier besser zu viel als zu wenig ne ihr wisst ihr ja ach nee ist hier noch android oder was auch noch android auch noch hier weste scheiße 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 das mache ich was mache ich ähm und tschüss also ich habe ja scheiße ich hätte ich hätte das flammending nehmen können mensch ich habe nicht schulden also das muss ich jetzt hier nochmal machen scheiße ist nicht schulden also hätte ich jetzt einen flammenwerfer schnell nehmen sollen ach jetzt hab gedrückt hier ach passiert so die älter haben wir gerettet so lassen wir jetzt den androiden in ruhe oder was jedenfalls kommt das alien gleich hier raus irgendwo jetzt kommt der nero oder was so sperren sie das treppenhaus okay was kommt ob ich jetzt ja richtig bin ich hoffe es halt mal ne was haben wir hier noch hübsches vor terminal haben wir das aktiviert ich weiß es jetzt gar nicht privat freigeben auch die jungen Hier waren wir ja auch schon mal gewesen, ne? Scheiße. Er kommt. Ja, ich weiß, dass Treppenhaus Aschbashan soll. Bin ja dabei. Ach, muss ich jetzt die eine Frau nochmal retten? Ach nee, hab ich das gespeichert, genau. Also hier kann ich ja nichts absperren, oder? Wie meinst du denn das jetzt hier? Moment mal. Steht immer noch da, da kommt eine andere Ede. Warte mal, hier ist jetzt so auf. Wir müssen hier zu machen. Was macht der denn hier? Warte mal, ich geh jetzt runter oder geh ich rauf? Na gut, ich geh runter. Er geht ja rauf. Da lassen wir rauf gehen. Oh, hier haben wir noch irgendeine Leichen. Alles vor der Schrott. Was war hier jetzt noch? Okay. Hier lässt du es aushalten, oder wie? Leuchtfackel. Okay. Jetzt müssen die Treppen rauf hier, glaube ich. Oh, ist noch eine Karte, sehe ich gerade. Haben wir jetzt ein bisschen mehr auf dem Bildschirm hier? Jo, ein bisschen mehr auf dem Bildschirm. Oh, das ist gut. So, okay, wo ist jetzt hier so komische Androiden hingewackelt? Hingewackelt, der alte? Suck after it. So, hier haben wir, äh... Ja, ja, freilich. Ich glaube, ich soll ihnen folgen, wa? Das soll ich, ne? Aber könnte man machen. Also hier ist schon mal zu. Zu hier auf alle Fälle. Schuh ist auch noch da. Wunderbar. Alles vertreten hier. Oh, hier gibt es noch ein Stückchen Karte auf alle Fälle. Und was haben wir hier noch hübsches? Flammenöl ist immer gut. Uuuuuh. Komm, bleib weg hier. Geh mir weg hier. Kein Zeit hier mit ihr zu plaudern und sonstigen Quatsch da. Geht mir ja fern, du. Scheint mir nix zu tun, aber okay. Trotzdem. Irgendwann ist soweit. Tür verschlossen, okay. Ja, du schießt gerade ungünstig. Äh, ich bin jetzt verrückt. Ich weiß nicht, dass Alien, äh... Ich höre hier immer irgendwelche Schritte. Ah! Scheiße, wo sind die da jetzt so? Oh, Leute, ich... Ich will eigentlich das nicht. Naja, gut, okay. Hör mal auf, hör mal auf. Scheiße. Komm, verschwind hier. Alter, verwollter. Da weiß ich hier bin. Ah, weiß ist schon. Ich bin spür doch gar nicht fertig. Ich bin spür doch gar nicht fertig. Aufpassen hier, wie ihr Schuhs sind. Da adaptiert rum, adaptiert rum. Tschüss. Aber ich mach dir mal ja die Türen auf. Haha, aber gut, ne? Zack. Okay, natürlich haben wir ja hier trotzdem noch, ähm... Ah, gut. Ah, das ist ja nix. Da ist ja trotzdem überall dieser Alien, ne? Also, die ist zu jetzt. Warte mal, wenn ich jetzt nicht durchgehe? Ich weiß nicht, was sie gut ist. Ich muss es mal ausprobieren. Haha. Wir müssen es halt mal ausprobieren, ne? Sag ich mal so. Na gut, da geht es ja hier schon wieder raus. Okay. Und dann schleichen wir hier auch leider, äh äh... Leider, sag ich. Wieder leise entlang. Scheiße, Schlüsselkarte benötigt. Oh, meine Güte. Muss ich immer noch dasselbe machen? Regeln Sie Wartungszugang ab. Ja, ist das gleiche noch immer von... Im Grün? Schlüsselkarte benötigt. Shit. Hat er keine Schlüsselkarte hier, der Alte. Shit. Gut. Das sind aber eigentlich die Türen, die ja eben schon abgeriegelt wurden, ne? So, weiter rumkriecheln, ja? Haben wir jetzt diesen Troiden mit eingepackt? Na, ich weiß es nicht so. Hier ist auf alle Fälle zu. Zu? Äh... Ne, er ist noch da. Ne, ich hab keine Zeit. Hab da jetzt keine Zeit, Android. Ist nicht von dir, aber ich hab jetzt keine Zeit. So, warte mal, was sind wir denn hier? Ich überleg gerade. Ähm... Na doch, es könnte schon hier so sein mit. Hier ist noch irgendwas. Waren wir hier schon mal? Weiß ich jetzt gar nicht. Verlauter Terminals hier. Alte Sicherheitskette. Warte mal. Das Lager. Freigeben. Audio. Zubehör. Okay, ne, ich weiß nicht, ob ich... Keine Ahnung, ob ich hier schon mal war. Man merkt es ja auch langsam nochmal, wo man schon überall war. Auf alle Fälle ist da Alien irgendwie mit dicht auf die Ferse, ne? Sag ich mal so. Die haben wieder ihre Schuhe verloren, Mensch. Die haben überall ihre Schuhe verloren hier. Hm. Das rennen alle barfüßige Leute rum hier. Jo, gehen wir hier lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Keine Ahnung, Lede. Ich geh halt einfach mal lang immer. Und das wird schon so sein, ne? Ach, jetzt weiß ich nicht, wo wir sind hier. Was ist denn hier noch? Oder ist das hier? Ich weiß es jetzt gar nicht. Bei mir war das hier so. So? Oh, guck mal hin, meine Aliens sind auf den Spuren hier. Huuuuh. Zack, das haben wir. Zugriff gewährt. Okay, und jetzt? Ah ja. So, Wartung. Äh, Warnung. Waffenruhne oder Ruhe. Freigeben. Nix. Fehler. Audio. Nix. Sperren. Ja, ich weiß, was das Treppen heißt. Zellen öffnen. Hab ich das jetzt ausgewählt? Hallo? Ich nehm's, hoff's mal, ne? Müsst du ja rein theoretisch, dieser Ding da hinten rauskommen, oder? Rein theoretisch gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ah, ne. Jetzt haben wir woanders gelandet. Moment mal. Zellen öffnen. Moment mal. Was sind wir jetzt hier? Ah, ich weiß es nicht. Was mach ich hier überhaupt? Bin ich hier richtig oder bin ich hier nicht richtig? Habe ich jetzt die Zellen geöffnet oder nicht? Ich muss nochmal gucken hier. Ich weiß nicht. Offen. Öffnen. Ja, vielleicht habe ich sie schon geöffnet. Gut, egal. Ist jetzt was? Gehen wir mal hinter hier. Ich habe sie vielleicht schon geöffnet. So, jetzt kommen wir her. Spachen sie das Treppenhaus. Ja, ich bin dabei. Iiiiih, jetzt ist es schon länger hier. Irgendwann fliegen hier schon. Ach, die Zellen. Ja, die haben wir geöffnet. Das stimmt wohl. Wir sind jetzt hier mit dieser Ausweiskarte. Jetzt habe ich sie. Okay. Ähm. Ich glaube, da kommt er her. Kann man hier irgendwas drücken? Nee, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, verpiss dich, ey. Mach dich wager hier. Wie ist er jetzt? Hi. Wie, 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 wie. Hm. Äh. Schön, die Meer. Gehen wir mal hier rein in die Zelle. Die ist dann wohl leer. Ich würde sagen, ich rieche unter den Tisch mal, oder? Pass ich nicht drunter, das ist ein Mist. Pass nicht unter den Tisch. Gehe ich halt mal hier rein, oder was? Ne, warte, wir machen kurz einen Bart. Also ich bin gleich wieder da, meine ich. Bis gleich. Bis gleich.